So und weiter geht's bei Let's Play Minecraft Ne natürlich nicht Statue Online Und ich muss jetzt schauen ob die Aufnung überhaupt läuft Da Ähm Meine FPS haben manchmal verschwindet aber naja Ähm Ja wo sind die Stinge geblieben? Ich weiß jetzt gar nicht Ähm Ich weiß jetzt wirklich gar nicht Ähm Ich glaub ich Arbeit ist Ich möchte Ist irgendwas in Arbeit? Äh Wo müssen wir hin? Samse illegal bahnhaft Trossana Station Wo ist die? Was ist die Trossana Station? Ha Ja ähm Kurze Interrechnung weil ich nur schauen muss ob die Aufnung überhaupt läuft Ja Sie läuft sogar So Wo ist die Trossana Station? Wo ist die? protow Ich bin da wo ist die Da ja und ich hab doch gesagt passwort so und so kann immer einloggen ja war auch so ich habe mich immer einbauen können ja aber ich spiele jetzt auch wieder also muss funktionieren ja das stimmt und zwar habe ich es probiert 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 und ich habe mich bis 10.000 mal 10.000 mal geändert und irgendwann ist es dann wieder gegangen weil ich jetzt so gerne das schiff da ja und dann gefallen wir aber nicht so wo müssen wir jetzt hin bitte ja verlass uns jetzt einfach mal das system aber ich weiß nicht wo wir hinten ist seltsam naja das schiff das schiff würde mir auch nicht voll hier ist ein älterer schiss so so nicht so ähm wo müssen wir jetzt hin Wie heißt die Trusana-Station? Aha. Trusana-Station da. In Eta Iridani Sektorblock. Ähm, der ist der andere. So, dann fliegen wir mal dahin. Ja, ich finde schon cool. Sieht so irgendwie größer aus, als vorhin. Sieht so deutlich größer aus, finde ich. NCC 93177. Natürlich die Idee. Warum? Keine Ahnung. Ähm. So, dann fliegen wir jetzt hier mal. Ich weiß gleich, wo geht's hin. Okay, da fliegen wir jetzt eine Zeit, oder? Ja, also das ist schon ganz schön lang. Eta Iridani Sektorblock. Was war das? Da müssen wir in Oration. Drozala-Sektor. Äh, Drozala-Sektor. So. Orion-Sektor. Das fliegen aber gar nicht so schnell mit Warp-Schiffen fliegen, oder? Was ist mit Warp fliegen? Welche Gefühle ich empfinde? Warp... Ach, da komme irgendwas. Schon ziemlich schnell. Was ist denn das Schiff überhaupt so schnell fliegt? Das ist ja erstaunlich. Ja, so schnell. Also, so lange dauert es dann auch wieder nicht. Das ist ja, glaube ich, Katasianer. Was ist das dann? Das weiß ich nicht. Das sind auf jeden Fall die, ähm... Kingonen. Das ist auf jeden Fall die Föderation. Ja, das müssen die... Mongolaner. Das ist, ähm... Naja. So. Aufnahme läuft noch. Was ist denn das? Das ist doch viel kleiner mit Warp. Äh, mit Transport. So, ähm... Ja, da fliegt wirklich einer mit Transport. So. Überall sind Feinde. Überall sind Klingonen. Aber der zieht uns jetzt nicht. Was ist denn das denn? Das ist ja im Transport-Kanal. Das ist ja im Transport-Kanal. Das ist ja im Transport-Kanal. Reiser? Vergnügungsparadies. Reiser? Ja. Wo würde ich jetzt gerne hin. Nee, Spaß. Ähm. Ich finde das Schiff schon geil. Hier, hier ist der Captain. Hier so. Das ist die. Das ist der Captain. Ja, hat jemand. Platz für zwei. 100 Mann. So. Cool. Das ist ein Blöcklektor, oder? Ja. Ja. Hier. Hier. Etage. Dann. Ja. Warp. Warum jetzt warpen? Wenn wir jetzt eigentlich schon draußen sind. So, und wir müssen jetzt zu. Ähm. Sternenpass ist 157. Nee. Wo ist es denn? Ich bin jetzt in der Station Grau. Hä? Finde ich es jetzt nicht. Das ist... Donato. Donato-Sektor. Ich hätte wohl dahin müssen. Oder im Trotzaner. ich habe das ist der jungen vieler machen Ich bin mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Aber Trotzaner Station, ob es das sonst heißen wäre sonst Schwachsinn aber naja so Ja Ist aber ganz schön was los hier